Musik Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmchen, heute mit dem zweiten Spieltag der ersten Bundesliga und heute mit den Partien Union gegen St. Pauli, Stuttgart gegen Mainz, Frankfurt gegen Hoffenheim, Bremen gegen Dortmund, Bochum gegen Gladbach, Kiel gegen Wolfsburg, Leverkusen gegen Leipzig, Heidenheim gegen Augsburg, Bayern gegen Freiburg und ich würde sagen Union gegen St. Pauli, da wird Union gewinnen, Stuttgart gegen Mainz, da denke ich mal, dass Stuttgart gewinnt, Frankfurt gegen Hoffenheim, sage ich mal, unentschieden, Bremen gegen Dortmund, sage ich Bremen, äh, Dortmund natürlich, Hubsala, Bochum gegen Gladbach, natürlich Gladbach, Kiel gegen Wolfsburg, Wolfsburg, Leverkusen-Leipzig, boah, das könnte ein Knallerspiel werden, ich denke mal, unentschieden oder ein knappes Spiel wieder durch Leverkusen, ähm, Heidenheim gegen Augsburg, ist auch wieder so ein unentschiedenes Spiel, glaube ich, aber ich sage mal, dass Augsburg gewinnt und Bayern gegen Freiburg, da hoffe ich natürlich, dass die Bayern gewinnen, weil, ja, ihr seht es ja an meinem Trikot und da würde ich sagen, dann hauen wir direkt mal rein hier, in das Orakel, ich habe hier wieder zwei Booster der Magitex Extra 2324, was anderes gibt es noch nicht, und da würde ich sagen, starten wir mal rein, so, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie die Partien ausgehen würden, so, wir haben hier, oh, wie mache ich das, hier, Toni Polster, Toni Polster von Köln, wo mache ich jetzt die Karten hin, dahin, haben wir hier Leverkusen, mhm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die zählen soll, hier, die goldenen 90er, Ulf Kirsten Leverkusen, ich würde sagen, nein, das sind ja irgendwie so, extra Special Karten, so, wir haben hier, äh, Magdeburg, nicht in der ersten, dann haben wir hier, Wien, Wiesbaden, auch nicht in der ersten, Hannover 96, auch nicht, oh, da haben wir Holstein Kiel, da ist das 1 zu 0 für Kiel, dann haben wir hier, St. Pauli, ah, ich habe leider hier keinen Platz, um euch die ganze Karte zu zeigen, dann haben wir hier Wolfsburg, oh, da ist das 1 zu 1, eieiei, heute gibt es wieder so ein enges Ding hier, so, dann haben wir hier Frankfurt, mit dem 1 zu 0 gegen Hoffenheim, kommen wir mal wieder hier, ziemlich knapp, dann haben wir hier Dortmund, Monnier, auch 0 zu 1 hier gegen Werder Bremen, dann haben wir hier, ähm, Darmstadt, nicht in der ersten, dann haben wir hier KSC Logo, und dann haben wir schon die erste Halbzeit vorbei, so, dann kommt jetzt die zweite Halbzeit, hier kommen wieder, warte mal, ich dreße direkt mal rum hier, sonst, äh, okay, alles wieder verdreht, aber was soll denn das, okay, wir haben hier wieder so, ah ne, Saisons Superstar, okay, ich weiß nicht, ob ich die zählen lassen soll, das wäre dann hier, das 2 zu 0, also 0 zu 2, Mainz, also gegen Stuttgart, dann haben wir hier Köln, Superstar, Saisons Superstar, wer ist denn das hier überhaupt, äh, Kainz, so, dann haben wir hier, Richtosch, Jollys, keine Ahnung, Fortuna Düsseldorf, haben wir hier, KSC, VfL Osnabrück, oh, hier, Tag Team, von Mainz 05, ist das 3 zu 0, also 0 zu 3, ups, Schalke 04, leider in der zweiten, haben wir hier, Leipzig, das ist das 0 zu 1, gegen Leverkusen, äh, machen wir es so, dann haben wir, VfL Bochum, oh, der führt gegen Gladbach, 0 zu 1, 1 zu 0, hei, oh, und da ist schon direkt die Antwort, durch Ulrich, 1 zu 1, haben wir hier Freiburg, oh, gegen meine Bayern, 0 zu 1, oh, 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 und da haben wir noch das Club Logo, für Elversberg, und somit war es, das hier in diesem Orakel, hier das Spiel geht 0 zu 0 aus, Union gegen St. Pauli, dann hatten wir hier Mainz, 3 zu 0, haben wir hier, äh, Frankfurt gegen Hoffenheim, 1 zu 0 für Frankfurt, dann haben wir hier, Bremen gegen Dortmund, äh, 0 zu 1, haben wir hier 1 zu 1, Bochum gegen Gladbach, das glaube ich eher nicht, dann habe ich hier, ähm, äh, 1 zu 1, Kiel gegen Wolfsburg, glaube ich auch nicht, habe ich hier, Leverkusen gegen Leipzig, 0 zu 1, durch Kampel, und hier, also, hier ist noch, äh, da, 0 zu 0, glaube ich zwar auch nicht, es könnte ein Unentschieden geben, aber ich denke eher, dass es 0, äh, dass es ein Sieg für Augsburg gibt, und dann haben wir hier noch meine Bayern, leider 0 zu 1 hier, und ja, dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Orakel, heute kam ja schon, äh, die Einzelpartie Union gegen St. Pauli, äh, morgen muss ich mal gucken, vielleicht gibt es da die Partie Leverkusen gegen Leipzig, und am Sonntag natürlich Bayern gegen Freiburg, als Short natürlich, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, und auf Wiedersehen.